Jawoll, da gab es einen Head-Air. Ah! Jawoll. Das war ein schöner Kerl. Jawoll, da war es einfach durch die Leand gesprayt. You have found a biohazard container. Proceed to importation. Ah! Sehr schön, da gab es den Head-Air. Ja. Drone going up. Degging hostile. Betting us more intel. Das war's für heute. Ich habe mir jetzt angewöhnt, hier nicht die ganze Zeit zu schreien, wenn ich hier meinen Kill mache. Denn, ja, mir ist beim Scheinen des letzten Videos aufgefallen, dass das Video eigentlich nur im Grunde daraus besteht. Kill und wuhu. Mehr gab's nicht. Deswegen, äh, jetzt mal ein bisschen entspannter und nicht die ganze Zeit jubel. Okay, da war's halt wieder. Ja, aber wir haben die letzten Kill gemacht. Da haben wir nicht sicher, ist er oben oder ist er unten. Da läuft er und da in den Bauch, aber zumindest ein Kill. Wollen wir doch noch für was gut. Da gab's den Header. Das war's für heute. Da gab's den Zweitenöter. Das war's für heute. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Ah, dinkst von uns. Da gab's ne Hatter. Da gab's ne Hatter. Da gab's ne Hatter. Sorry. Okay, das war Finca. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat es gefallen. Leider gab's kein Alphapack, aber wir sehen uns an der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.